Was geht Leute? Herzlich Willkommen zurück. Wir gucken heute mal, was 2K so richtig beschissen macht und dafür gehen wir mal in den Trailer von EA Sports FC, der heute rauskam. Heute ist der 17.07. an dem Tag, wo ich es aufnehme und heute kamen die ersten Infos zu EA Sports FC und der Pre-Order Rollout für das Game. Letzte Woche oder vor zwei Wochen war 2K dran und über 2K reden wir gleich, aber wir gucken erstmal ganz kurz, was EA Sports FC so zu bieten hat. Wir werden keinen Ton haben, gucken uns nur mal so ein bisschen was an. Ich werde ein bisschen was dazu sagen, was ich da sehe, wie ich es finde, etc. Also, wir haben hier jetzt einen Trailer von dem berühmten Fußballspiel, das ja früher FIFA hieß. FIFA ist jetzt wohl die Lizenz an die nächsten Jahre bei 2K. Deswegen EA Sports FC, wir haben hier auch schon die Damen dabei, was ja bei 2K auch wahrscheinlich früher oder später so richtig der Fall sein wird. Vielleicht auch mal bei Ultimate Team bzw. bei MyTeam. Aktuell alles noch so ein bisschen getrennt. Wir haben hier einen Trailer und jetzt drücke ich mal auf Pause, weil jetzt auch gerade der Screen dunkel wird. Das sind jetzt keine Trailer, wie du das Spiel siehst, wenn du es selber zockst. Das sind diese gestellten In-Game und das wird immer Gameplay-Trailer genannt, aber das sind keine Gameplay-Trailer. Das sind einfach so Trailer, so Zusammenschnitte. Ich weiß, so ein kleines Filmchen über das Spiel, wo du schon mal so einen kleinen Vorgeschmack so ein bisschen auf die Grafik bekommst. Das ist natürlich nicht die Grafik, die du siehst, wenn du spielst, sondern wenn du die Wiederholung anguckst oder was auch immer. Da wird auch immer noch so ein bisschen mehr reingepusht, damit es gut aussieht. Aber wir gucken mal weiter. Trainer. Ich weiß nicht, wie realistisch die Trainer in den letzten Jahren schon aussahen. Aber das sieht an sich schon ziemlich gut aus. Ich habe jetzt die letzten fünf Jahre, glaube ich, gar keinen FIFA, gar keinen Fußball mehr auf der Konsole gespielt. Mimic sieht schon sehr stark aus. Wie gesagt, wird aber alles in dem Game so nicht zu sehen sein. Jetzt hängt das Video ganz kurz. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben die Icons natürlich dabei. Zidane, Backcam haben wir ja bei 2K auch schon lange. Das ist eine Sache, die bei FIFA tatsächlich etwas später erst dazu kam. Okay. Gut, das geht jetzt hier Richtung Ende. Jude Bellingham ist mehr oder weniger Cover Athlete. Das habe ich schon gesehen. So, hier siehst du dann jetzt am Ende von diesem Video auf die Schnelle, was diese verschiedenen Versionen sind und was es da vielleicht gibt. Receive one of fourteen untradable Player Items. Prime Hero. Prime Hero November. Prime Hero September. Grades of the Game. Receive one of fifty one untradable Player Items. Dann sieht man daran, sieht daran. Dann sieht man dann Ronaldinho, sieht man Ronaldo. Also, das ist eine hohe Bewertung. Das ist eine hohe Bewertung. Und du hast hier jetzt ein ganzes Video gesehen. Über das Spiel, zum Spiel. Plus einen Vorgeschmack, was du bekommen kannst. Und natürlich ist hier auch wieder ein Sternchen. Und natürlich braucht man irgendwo mehr Infos. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass EA Sports FC korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Irgendwo auch sowas wie 2K hat so einen Blog, so eine Infoseite, wo alles steht, was man wirklich wissen muss, wenn man vorbestellen möchte zu den verschiedenen Versionen. Ich weiß nicht, warum hier FC24 steht. Da könnt ihr vielleicht mal aushelfen. Ich weiß es nicht. Ja. Seven Days Early Access. Ab dem 20. September am 27. soll es rauskommen. Double Bonus Points. Für wahrscheinlich Season Pass oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Noch mehr Informationen. Es kommen neue Icons. Man bekommt FC Points. So, das ist das Wichtigste. Das ist wirklich Wichtigste auf einem ganz schnellen Blick am Ende, bevor man schon mit Grafik und so weiter richtig aufgehypt wurde. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, so macht man es. So macht man es. Am Tag, wo gepreordert werden kann, am Tag, wo der Verkauf quasi startet, da komme ich doch mit einem Banger raus. Da zeige ich ein geiles Video zu dem Spiel. Da zeige ich, worauf könnt ihr euch alles freuen. Was gibt es Neues? Ich habe jetzt nicht so genau hingeguckt, weil wir auch vorgespult haben am Ende. Aber dann werden vielleicht auch schon so ein, zwei Sachen so angedeutet. So, nicht angekündigt, sondern angedeutet. Was ändert sich im Spiel? Was ist jetzt im Boost? Vielleicht Tackling im Vordergrund oder was auch immer. Bei 2K gab es gar nichts. Da gab es eine Liste mit den vier Editionen. Kommt ja auch ein Video dazu. Könnt ihr euch nochmal angucken, falls ihr es noch nicht wisst, welche Version wollt ihr überhaupt bestellen? Vielleicht kann ich euch helfen mit dem Video. Aber du hast bei 2K 0 Hype eigentlich. Also ich habe noch 0 Hype und ich würde jedem empfehlen, diese Promophase von 2K nicht zu unterstützen und nicht vorzubestellen. Sonst fühlen die sich noch bestätigt. Jetzt gucken wir mal, was auf 2Ks Seite abgeht. Auf der Seite von 2K sehen wir seitdem die Ankündigung zu den Pre-Orders kam. So, ich würde mal sagen, wir gehen zu den Covers. Okay, gut, wir gehen zu den Covers. Und gucken doch einfach mal, was ist jetzt im Vergleich. Die Promo läuft seit einer Woche. Was ist im Vergleich die Promo von 2K? Es ging los mit Cover-Athlete, Jason Tatum, wow. Habe ich, glaube ich, vor einem Monat schon ein Video zugemacht, dass er es sein wird. Also jeder wusste schon, das war kein Hype mehr. Das Cover sieht cool aus, muss ich sagen. Es sieht ganz cool aus, aber es steckt null Liebe drin. Das ist einfach nur ein Foto. Er ist so ein bisschen in den Vordergrund gehoben. Die Menge im Hintergrund ist so ein bisschen unschärfer, unerkenntlicher. Also Jason Tatum steht klar im Fokus. Ich verstehe nicht, was diese, wenn ihr das links unten und rechts unten am Cover seht, so, das sieht aus, als ob Dinger in der Kameralinse sind. Also, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Dann sieht man die anderen Covers hier. Okay, Aja Wilson, WNBA-Version, hat sie auch bekommen. Toll. Hier ist das Cover von ihr. Da sehen wir die beiden zusammen in der All-Star-Version. Hier sehen wir Vince Carter. Gab eine Locker-Code, also für die Spieler, die schon spielen, bei my-team kriegen zwei Spieler und eine Trainerin. Umsonst, ja, weil wir auch dieses Jahr nicht genug gelitten haben, kriegen wir jetzt auch mal was geschenkt. Die Karten sind natürlich nicht auf dem Level, wo man es haben will. Natürlich sind die Pay-to-Win-Karten besser als diese Karten, ganz klar. Ja, mehr Reposts, Reposts, dann hier ein Video, wie die beiden über das Cover reden. Es geht immer noch ums Cover, also es geht immer noch ums Cover und wir sind jetzt immer noch am 10. Juli. Hier ist noch ein Video zu Jason Tatum. Oh, PC wird auch dabei sein. Endlich. Die tun jetzt so, als ob PC auf New Gen das Ding wäre. Bruder, das ist die Playstation 5, ist vor Corona rausgekommen, glaube ich. Also seit vier oder fünf Jahren gibt es die und jetzt kriegt der PC, was du leistungsmäßiger viel besser machen kannst als eine Playstation. Jetzt bekommen die New Gen Wow. Und dafür feiern die sich. Es geht immer noch ums Cover, Cover, ein Screenshot von Jason Tatum, wie er in 2K aussieht, wenn man Stop drückt auf Wiederholung und dann ranzoomt. So sieht er dann im Game aus. So sieht er natürlich nicht im Game aus, wenn du spielst. Abgesehen davon, dieser Jason Tatum im Vergleich zum NBA 2K24 Jason Tatum. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Ich kann das Ergebnis jetzt hier leider nicht einblenden, aber ich habe mir das Ergebnis kurz vorhin angeguckt und ungefähr 66% sagen, dass der 2K24 Jason Tatum besser aussah als der hier. Viele in den Kommentaren sagen, der sieht asiatisch aus. Ich finde, der sieht aus wie, also das jetzt ohne Rassismus oder sonst was. Also Leute, die mich genauer kennen, meine Frau ist selber schwarz und so weiter. Der sieht aus wie eine... Das ist jetzt nur gegen dieses Bild von Jason Tatum, ne? Der sieht aus wie eine Ratte. Das sieht ganz cool aus, aber das sind halt alles so In-Game-Screenshots. Ich weiß halt nicht, wie sie ihn echt aussieht. Ich finde hier Vince Carter überhaupt nicht gelungen, sieht nicht gut aus. Hier sieht man die Übersicht für die Vorbesteller-Sachen, die Version. Haben wir darüber geredet. Das ist, das ist nur Geldmacherei. So, wir haben das Cover, wir haben ein paar In-Game-Screenshots und jetzt haben wir die verschiedenen Versionen und jetzt sollst du vorbestellen. Nochmal Wambi, Shea. Ja. So, jetzt werden die Spieler gescannt. Jetzt kommen die neuen Rookies ins Game mit ihrem Gesicht. Die sind natürlich alle gehypt und freuen sich. Für die ist das auch toll, aber das bringt mir gar nichts als Kunden. Das ist bis jetzt eine Woche Promo von NBA 2K. Und ich bin ehrlich, ich bin seit fünf oder mehr Jahren nicht bei FIFA dabei gewesen. Mich hat jetzt alleine dieser, das was ich jetzt von dem Video von EA Sports FC gesehen habe, das halte mich jetzt schon mehr auf das Spiel als das, was ich bisher von 2K gesehen habe und ich bin 2K die-hard-Fan. Das ist doch crazy, oder? Also, ja, es wird jetzt wieder so laufen bei 2K. Es wird wieder monatelang, weil das Spiel kommt erst in zwei Monaten raus oder in anderthalb Monaten. Es wird sich jetzt wieder ziehen. Es kommen immer stückchenweise die Infos. Du bekommst hier dann ein Rating, dann bekommst du hier ein Rating, dann bekommst du da ein Rating. Die teasern ja jetzt schon das Rating von Bronny James an. Der Typ hat 0 aus 14-3 angetroffen, glaube ich, die letzten zwei oder drei Summer League-Spiele. Was soll das für ein Rating sein? Also, wenn es zu hoch ist, werden die Leute sich über 2K kaputt lachen. Wenn es zu niedrig ist, werden die Leute auch wieder irgendwas haben. Es geht einfach nur darum, dass die Leute über 2K reden. Es geht nicht darum, wirklich so die Freude in den Leuten zu wecken, sondern es geht irgendwie nur darum, entweder Geld zu machen oder die Marke im Gespräch zu halten. Und klar, das ist das, was ein Unternehmen haben möchte, aber das geht dazu. Das ist ein Milliarden-Dollar-Unternehmen, die sind börsennotiert. Die können das doch besser, oder? Das ist nicht so offensichtlich, ist auch das mit dem Geldverdienen generell, dass sie diese ganzen Gambling- und Pack-Sachen irgendwie besser verkaufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das machen sollen, aber wenn ich sowas mache und ich wäre eine Firma mit so Möglichkeiten, ich würde mir doch die besten Leute, die Psychologen und Psychologinnen anstellen, um zu überlegen, wie können wir das so machen, dass die Leute das nicht so merken. Bruder, das ist so offensichtlich, ich fühle mich beleidigt. Das ist so dumm. Also, da merkt man halt, die sparen an allen Enden, aber wollen trotzdem irgendwie das Maximo rausholen und so läuft es nicht. Deswegen spielen die Leute College Football. Ich habe gestern bei Twitch auf meiner linken Seite wo meine gefolgten Kanäle sind, geguckt, da stand nur College Football, College Football, College Football, College Football und das sind alles Leute, die 2K spielen eigentlich. Und das ist crazy. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Spielt ihr irgendeiner von euch College Football? Sagt mal, wie ihr es findet. Würde mich sehr interessieren. Ich bin auch am überlegen, College Football, weil es jetzt schon draußen ist oder rauskommt. Madden kommt erst irgendwie nächsten Monat. Das ist mir ein bisschen zu spät, schon zu nah an 2K dran. Ich will mir kein Spiel holen und dann vielleicht nur zwei Wochen spielen. Das wäre ein bisschen dumm. FIFA kommt ja sogar nach 2K raus. Dann können wir das als Ersatz uns warm halten, falls 2K wirklich ein Reinschiss ist. Aber ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Was wollt ihr sehen, wenn 2K scheiße ist? College Football, Madden, FIFA. Shooter kommen nicht in Frage. Ihr wisst, ich bin Lehrer. Das ist immer ein bisschen komisch, wenn der Lehrer dann Shooter im Internet spielt. Naja, alles klar. Ich will nicht zu lang babbeln. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns bestimmt bald wieder im nächsten Video. Haut rein.